Hallo, mein Name ist Natja Heigl, ich bin Mortenbeckerin und derzeit österreichische Meisterin. Ich bestreite sehr viele internationale Rennen, bei denen wir immer mit dem Wohnmobil hinfahren. Mein ganzes Team ist immer mit dabei und im Wohnmobil hat den Vorteil, dass es einfach bequemer ist, man immer so ein eigenes kleines Zuhause mit sich hat und es auch einiges günstiger ist, als in einem Hotel zu wohnen. Leider ist etwas Schreckes passiert. Uns ist ein Traktor ins Wohnmobil hineingefahren und somit ist das Wohnmobil kaputt. Und wir können zu keinem internationalen Rennen mehr fahren. Und ein neues Wohnmobil zu kaufen ist eine große finanzielle Herausforderung für uns. Deshalb bitte ich euch, unterstützt uns, dass wir wieder ein neues Wohnmobil kaufen können und zu internationalen Rennen fahren können.